Wenn du ein dunkles Dreckstloch gesehen hast, erkennst du alles. Das ist jetzt aber das letzte Mal. Hör auf zu lachen, Misty! Ja! Oh, geht's wieder gut. Ich bin auf ein helles Licht. Zu gutem Dank. Oh, Mutter, warte! Sam Stuhlinger begleicht der Fall seine Schuld. Schulde! Diese Kill-Funktion zu beheben sollte ganz schnell gehen. Schließlich bin ich Morten! Ta-ta-ta! Ingenieur des Schicksals! Oh, 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 oh. Tots! Durch Wissenschaft! Das war's für heute. Insta-kill! Eine willkommene Zugriff vor endlosen Angriff! Du bist aber alt! Du bist aber alt! Fusion in tragbarer Form! Fette Punkte! Ich habe jetzt zwei Filos die Möglichkeit, nicht fette Punkte zu sammeln! Ich habe noch nicht vorliegen, ich hätte wohl ihn ausgerufen! Ah, der, der, der gegengekert! Ja genau! Ich lauf nur weg, der gegengekerteil! Ich bin doppelt! Mit Verschwörung! Ausgiebiges Studieren wird immer für ein gutes Ergebnis sorgen! Kernspaltung! Kernspaltung! Magnus! Blaschen! 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 Eine Aktion von mir und du siehst in Ewigkeit! Maximale Munition! Oh, ich kann nicht noch mehr Munition tragen. Oh, und das ist auch gut so. Ach, ich bin so. Ich bin so. Ja, ich bin so. Ja, ich bin jetzt hier. Dann wird Emma für ein gutes Ergebnis sorgen. Das wird euch lehren, mir nicht zu nahe zu kommen! Abschaum! Das ist wahrlich dü-na-mi! Chemische Verbindungen! Zerreißen und reißen! Spektakul! Steht euch in einer Reihe? Dann ist es noch einfacher! Dimmst du Szen. Entschuldigung, der ist für ihn in einem Schicksal-Zerang. Entschuldigung. Ich bin einer Ahnung, der ist für sie mit den Schicksal-Zerang. Das war die Musik sch Implatte, in der Schicksal-Zerang ein. Misty, falte mich bitte ab, falls ich jemals wieder da durchgehen will. Doppelte Punkte! Möhe, haja, 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 haja! Möhe, haja, haja, haja! Ah! Man sollte Erholung genießen, weil immer es möglich ist. Oh ja, tolle Idee. Dringen wir tiefer in die blendenden Nebel vor, die jegliche Orientierung verhindern. Spaltung, Fusion, Tod seid ihr auf alle Fälle. Aha, das könnte zu einer Komponente für ein viel umfangreicheres Projekt umgebaut werden. Gewündelte kinetische Energie. Brillant. Schrotflinten haben nur die nötig, die zu faul zum Zielen sind. Ich würde die Tröpfcheninfektion gerne umgehen. Musik 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 Oh, that was fun.